Laura und Michael Wendlers Onlyfans Account wurde gelöscht Es gibt erneut Stress bei Laura Müller, 23, und Michael Wendler, 51. Vor wenigen Tagen verkündete die Frau des Sängers ihre erste Single unter anderem auch auf Onlyfans zu veröffentlichen. Doch daraus wird nun nichts, der Account des Ehepaares wurde gelöscht. Die Eltern eines Sohnes hatten ein Profil auf der Erotik-Plattform namens Die Wendlers, welches laut Onlyfans nicht verfügbar ist. Bild soll den Grund dafür kennen, die Models, die in Lauras Musikvideo mitwirkten, wussten angeblich nicht, dass der Clip auf der umstrittenen Seite veröffentlicht wird und zogen ihre Einwilligung zurück. Am 18. April soll das Lied auf YouTube veröffentlicht werden. Nun startet Laura richtig durch. Gleich in zwei Versionen wird sie mit ihrem Song Superstar garantiert einheizen, lautete die Pressemitteilung von Influxo. Die 23-Jährige machte bereits ordentlich Werbung und teilte im Netz einige Behinseszenes-Fotos, die sie, nur mit der Sue bekleidet, mit zwei Molls im Bett zeigen. Dass Laura sich neben halbnackten Männern räkelt, scheint ihren Mann Michael überhaupt nicht zu stören. Auf seinem Facebook-Profil erklärte der 51-Jährige, dieses Angebot konnte Laura Müller nicht ausschlagen. Laura hat sich endlich getraut und gibt mit gleich zwei heißen Typen Vollgas. Michael freut sich darauf und bewahrt es sogar, der Countdown läuft. Laura dreht einen heißen Clip. Bis zum nächsten Mal.